Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Manchmal kennen wir Gottes Willen, manchmal kennen wir nichts, erleuchte uns, Herr, wenn die Tragen kommen. Manchmal sehen wir Gottes Zukunft, manchmal sehen wir nichts, verwahren uns, Herr, wenn die Zweifel kommen. Manchmal spüren wir Gottes Willen, manchmal spüren wir nichts, begleite uns, Herr, wenn die Ängste kommen. Manchmal wirken wir Gottes Frieden, manchmal wirken wir nichts, erwecke uns, Herr, dass dein Frieden kommt. Grüße aus, ich war da, Degenland. Das ist eine grosse Spinne. Die ist bei Haconeia. Ist sie giftig? Also, Spinnen generell sind giftig, erstmal. Jede Spinne ist giftig. Dann sind wir einfach im Brunnen, weil wenn sie zuweißen, dann sind wir einfach im Brunnen, weil wenn sie zuweißen. Ah, die ist richtig haarig. Das, was sie hat, diese Härchen, die sie zum Beispiel hat, viele wissen, die auch zur Verteidigung zu nutzen, und lassen sie die eben halt praktisch so mit dem Hinterbein abstreifen und dann so einem so zuschießen, sozusagen. Die Härchen, deswegen sagt man, man muss lieber nicht anfassen, die Härchen haben wirklich auch so ein Gift, was also Reaktionen auch hervorführen kann. Also erstmal das... Die, wenn ich abschalten kann, macht der Wiesengeschäft zur Oberstadt und Bauung. Das sind die 38 Meter hoch. Das ist ein Schlafen, das ist ein Schlafen, das ist ein Schlafen. Kurz weiter hoch, die Brüllappen haben wir jetzt gesehen. Gelber Baum, uhrerschön. Das ist ein Schlafen. Momentan, siehe. Das ist ein Schlafen. Ah, ja. Das sind wir jetzt ziemlich hoch. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Scheiße! Oh! Komm mal da hoch! Schau, ob die mache ich jetzt. Und dann ist es ein Schicksal. Okay. Und dann trinkst du auch noch ein bisschen? Ja. Danke. Danke. So, jetzt kommen wir Ufa. Hör ich den. Hör ich den. Hör ich den so baum. Ganz ganz dick. Breit. Ich weiß, der breit baum. Ich habe jaagt Fisch. Ich weiß auch, dass es so gut ist. Diese aufgewachsenen Augen. Ja. Und dann geht das so rein, ins Boot, etwas schlimmer zu tun. Morgen, Breit. Jetzt auch noch Frühstück. Und da ist unsere Hütte. Und da hinten andere. Hör ich den. Warte. Töne in der Nacht. Ganze Nacht ist so laut. Jetzt ist es los. Ganz los. Oh. Oh. Knackset. Oh. Oh. Scheisse. Man darf nicht viel denken. Es knackset manchmal. So komisch. 35 Meter. Das sind 12 Treppen. Und jede Treppe... Wie viele Treppen? Jetzt 15. Wie viele? Nicht 12. Nein, ich meine, wie viele insgesamt? 170. 170. Jetzt geht es da weiter. Und der Hand ist da wieder klein. Oh. Ja. 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 Klein aber fein. Zweite. Ja. Klein aber fein. Herzig. Ja. Ja. Piranha. Piranha. Ja. Piranha. Ja. Piranha. Es ist ein weißer. Ja. 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 So, ein Essen. Das schmeckt sicher besser. Komm mir, Mama. Mama, rutsch mal. Ja. Was muss ich rutschen? Das ist der Fisch? Nein. Ja. Mit dem Kopf. Was ist der da? Nehmen Sie jetzt das Schögel ja schon mal. Ich habe hier ein Tümlech und ich mache es. Die Pflanzen sind aber eigentlich Pflanzen, die so wachsen und sich dann irgendwann hochwenden. Wir werden stehen, aber ich habe ein bisschen. Und dann muss ich dick werden. Barbecue. Barbecue ist eigentlich das mal ganz einfach so. Das fängt später an, um halb acht. Tschüss. Da ist die Melone ja... Sprecher agen 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 Ja. Es sind viele Schildgeräte. Medizin. Ja. Wenn man es nicht ausdenkt, ist es wohl unheftig. Es ist viel geregnet. Es ist ein Berg. Wenn sie so einen Rät wieder sehen, kann ich es nahe ziehen. Ich finde es eigentlich auch ganz schön. Die anderen, was hast du mit ihnen gemacht? Die Kierkirchen. Ja. Kokain. Schuhe. Jöder Sprit. Und? Alter Schwier. Das sind das Nester, oder? Ja, in der Ebene. Was hier dann vorne hängt, unter der Bromelie, das ist ein Ameisenmessen. Ist das ein Ameisen? Termiten. Ja, ein Ameisen. Das hält ich schon mal nicht. Ist das ein grosser Fisch? Das ist ein grosser Fisch. Aber das ist ein grosser Fisch. Es ist ein Dreck. Ja, das ist ein Dreck. Jetzt kann man das auch ganz gesehen. Ich komme gerade vom Regenwald. Wir haben einen anderen anderen, wie immer am Abend. Ich bin voll. Du bist so freundlich. Hier sind wir. 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 Hier sind wir gerade vor dem Dschungel. Hier sind wir gerade vor dem Dschungel. Und der Dschungel. Hier ist Flu. hier sind wir gerade vor dem. Weitere haben wir gerade vor dem Dschungel. Wir fahren mit uns beim Durst, ein Surricanalных士. Sie sind ja gar nicht. Also k intricatet. In diesen Rücken J為変? Anfänger, wo Länder sind hier? animale ist dasdestot不要. Ja, das ist so. Kille! Hier kommt Grafen Eckhardt und Grafen Blubkafen-Grense. Färber, die nicht will, ist so groß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020